herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir euch alles auf rot von capo alle weiteren informationen zu diesem album und der tracklist sowie natürlich auch die links zum album findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung alles auf rot von capo das ganze im juli 2017 erschienen wir haben hier mal wieder ein album aus dem bereich deutschrap jawohl es ist das zweite album von capo das ganze über warner music erschienen reguläres jewel case der name ist programm also alles auf rot kommt hier natürlich in so einer rot wenn auch ja dunkelroten optik auf dem cover haben wir hier den künstler abgebildet wie er sich hier gerade eine zigarette anzündet sonnenbrille und diverser schmuck hier der ist so gold hervorgehoben dazu kommen gleich noch warner music präsentiert capo alles auf rot seitlich ist das ganze beschriftet und auf der rückseite haben wir dann die tracklist zwölf tracks an der zahl features drei mit dabei nämlich tommy haftbefehl und nemo dann infos und barcode und dann schauen wir mal hinein so zu allererst natürlich mal zum glatt und zu dem was ich vorhin gerade angesprochen habe zu diesem hervorgehobenen schmuck genau jetzt sieht man es also die armbanduhr die der ring das armband hier und dann noch die halskette die sind hier so in so einer entsprechenden glanz optik stechen hier raus der rest ist matt gehalten so dann starten wir mal also schöne bilder die hier komplett in rot getaucht sind infos zu den einzelnen songs also wer war so beteiligt wer hat mitgewirkt erinnert mich so vom artwerk und so vom ganzen hier haben wir die credits vom ganzen stil so ein bisschen an scarface also diese ganze ästhetik die bilder aber natürlich auch hier diese optik in diesem rot schwarz so dann hier der revolver weitere bilder und zum abschluss noch mal ein bild das man auch als wende cover verwenden könnte gut wir belassen jetzt aber mal beim regulären packen das buklet zurück und kommen direkt zur album cd die ist ganz schlicht gehalten also ein roter farbverlauf und daneben album titel und künstlername und genau das sehen wir dann auch noch hier unten noch mal capo alles auf rot jawohl das war's soweit mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr capo und auch mich unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute wir sehen uns beim nächsten unboxing passt aber auf